Fantastisch! Es hatten tatsächlich einige gedacht, es würde Clash of Clans 2 kommen. Also ein bisschen gesunden Menschenverstand hätte ich dann doch schon erwartet. Leute, Mann, 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 Mann. Und dann schrieb vor allem, irgendeiner schrieb, man würde Sachen in den Titel schreiben, die man nur beiläufig erwähnt. Das finde ich schon eine Beleidigung, denn alles, was ich in den Titel schreibe, erwähne ich nicht beiläufig, Leute. Also, das ist, auf jeden Fall. Habe ich mir überlegt, es ist mal wieder Zeit für ein paar neue Besuche. Und wir wollen erst mal noch gucken, ich bin gerade noch hier dabei, mich ein bisschen hochzudeffen. Ich würde ganz gerne mich mal in Meister 3, Meister 2, Meister 1 irgendwo dahindeffen. Wir gucken uns mal an, wie das so gelaufen hat, so zuletzt. Ja, wie gesagt, es kommen neue Besuche. Es kommen neue Besuche. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr darauf zuhört, für alle, die jetzt nicht abgeschaltet haben, für alle, die sich das Video tatsächlich angucken, obwohl ich ja gesagt habe, ihr sollt es euch nicht angucken. Also, ihr müsst, wenn ihr besucht sein wollt, in den Kommentarbereich schreiben, Hashtag besuchen, dann schreibt ihr euren Rathauslevel, ne, Rathauslevel braucht ihr nicht, dann braucht ihr euren Klankürzel und euren Namen. Das reicht. Hashtag besuchen, Name, Klankürzel. Das war's. Denn ich werde die Kommentare ja dann durchsuchen und um dann herauszufiltern, wer alles besucht sein will, nehme ich halt alle Kommentare, die diesen Hashtag besuchen haben. Deswegen, äh, ja, das ist quasi dann der Plan. Oh, er hat mir sogar, ich verliere relativ viel Dunkles zurzeit, aber das ist mir jetzt auch egal, denn die Königin wird, wenn sie, wenn sie aufwacht, wird sie eh nie im lebenden Level hochgehen, der König auch nicht. Es fehlt einfach viel zu viel. Ich hab grad mal 60.000. Ja, deswegen hab ich mir gedacht, geh ich doch einfach noch ein bisschen hoch mit meinen, äh, ja, mit, 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 mit den Pokalen. Vielleicht wird's ja was. Vielleicht kann ich auch mal ein bisschen hochgehen. Ich will mich eigentlich hochdeffen. Ähm, ihr seht's ja auch an den Truppen, die ich grade habe. Es ist für eine, vielleicht noch für eine kleine Challenge, die noch kommen wird. Ich hab nur Kobolder ausgebildet. Es ist ein kleiner, ich will noch einen kleinen Testangriff machen, den mach ich aber nicht in dieser Folge. Ja. Was haben wir sonst noch? Ansonsten hatte ich leider nur Leute, die mir Truppen schenken, äh, die mir Pokale schenken wollten. Oh ja, hier noch 30 Pokale, 18 Pokale. Und das, davor, hatte ich noch die andere Base. Ja, das ist auf jeden Fall ganz, jetzt hab ich echt keinen richtigen Trupp, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Ich, vor allem, ich hab auch keine Juwelen, um jetzt hier was zu, um irgendwelche Sachen zu jammen. Das ist natürlich, das kommt noch erschwerend hinzu. Das kommt noch erschwerend hinzu. Deswegen wollen wir noch mal einen Recap machen zum kleinen Klankrieg, ähm, während ich euch erzähle noch mal, also morgen kommt eine Besuchsfolge. Morgen kommt eine Besuchsfolge. Samstag! Samstag kommen vier Besuchsfolgen. Als Dankeschön für euch, ähm, werd ich dann mal gucken, dass ich dann wirklich viele Leute besuchen kann. Samstag viermal 15 Minuten besuche. Ich versuche echt so viele wie möglich dran zu nehmen. Ich versuche aber auch, ähm, ja, Matthias macht es ja, Matthias, da finde ich, der stiehlt sich immer so ein bisschen, oder der macht es sich immer ein bisschen leicht. Der sagt dann immer so, ja, ihr wisst ja, bei mir wird nur besucht, bei mir wird nichts über das Dorf gesagt, weil er einfach zu faul ist, da was drüber zu sagen. Aber, ich habe das eigentlich so vor, dass, äh, ich dann auch gerne, ja, euch was erzählen möchte über die Dörfer, was ist gut daran, was ist schlecht daran, denn ich weiß ja, dass quasi nur ein kleiner Prozentsatz der Leute, die sich bewerben, besucht werden, effektiv. Und dann sollen halt alle was davon haben. Und deswegen fände ich es ganz cool, wenn dann auch, ja, mal ein bisschen was noch, äh, gesagt wird über die Dörfer, dass vielleicht der ein oder andere, der noch auf der Suche ist, nach einem schönen Kriegsdorf, nach, äh, nach einem schönen, nach einem schönen, nach einer schönen, äh, Farming-Base, oder vielleicht auch Trophy-Base, je nachdem, vielleicht haben wir ja mal ein paar Besucher aus etwas höheren Pokalregionen, die eine Trophy-Base haben, dass da vielleicht dann der ein oder andere eine schöne Base findet. Vielleicht ich ja auch selber, wenn sich ein Rathos-10er bewirbt, mit einer schönen Base, dann, ja, wird es vielleicht so kommen, dass ich mir die Base auch abschauen kann, dass ich dann eine neue Farming-Base finde. Deswegen, ja, und übrigens Kira, der Einzige, der hier einen Stern kassiert hat von den Oberen. Ich weiß nicht genau, warum Kira immer die Königin so weit außen hat. Die steht hier rum und macht nix. Oben, oben ist die Party und er ist, äh, und die Königin ist unten. Ja, egal. Das ist auf jeden Fall dazu. Dann, äh, heute um 17 Uhr hoffe ich, kommt noch eine Challenge gegen Matthias. Der kleine Mann ist auf dem Weg hierhin. Ich hoffe mal, er wird noch rechtzeitig kommen. Und, ja, da hoffe ich natürlich, dass er auch einschaltet. Und dann wollen wir sehen, dass wir da was Cooles hinbekommen werden. Aber die Besuche, da freue ich mich schon drauf. Morgen erste Folge und Samstag noch vier Stück. Hashtag besuchen. Ihr könnt euch bewerben. Ach, ich, ich soll jetzt einfach mal ein Gegner raus. Komm, ey. Was soll ich machen? Was soll ich, was soll ich machen? Ich kann, ich kann ja nichts, ich kann nichts machen. Ich habe keine Truppen. Ich habe nur Kobolde. Ah, ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Wir brauchen doch gar keine. Wir brauchen doch gar keine. Ich habe doch noch irgendwo. Nein, nicht, nein, nicht die hier. Nein, nicht die hier. Ich hatte doch noch irgendwo Loot, oder? Irgendwo in den, in den, in den Einzelspielermissionen hatte ich noch Loot versteckt. Wo war das denn? Irgendwo hier bei, äh, Donner, Donnern der Schrecken. Spülbecken, kalt wie Eis. You're as cold as ice. Mach, drück. Äh, Kristallkruste. Wo war das denn? Ich glaube, hier war, aber Lock, ne, Lockangebot auch nicht. Da war noch ein bisschen was. Da war nix. Hier sind doch noch 80.000. Nice, ja. 80.000 für mich. Ja, top. Nehmen wir doch mal eben mit. Nehmen wir doch mal eben mit. Ich würde mal sagen, wir greifen mal von da an, wir greifen von da an. Irgendwo sehe ich irgendwo eine Falle. Nö. Ja, sehr gut. Ja, jetzt werden sie natürlich gleich alle da reinlaufen noch. Gucken wir mal. Aber 80.000, da sag ich definitiv nicht nein, vor allem, wenn ich da noch ein paar Kobolde loswerden kann, die ich jetzt gerade eh nicht brauche. Oh, jetzt sind sie unterwegs. Aber da ist auch noch was. Da ist auch noch was unterwegs. Ich plane nämlich noch eine Kobold-Challenge. Und da musste ich vorher noch ein bisschen testen, äh, wie realistisch dann die einzelnen Bedingungen in dieser Challenge sind. deswegen konnte ich das dann nicht einfach so aufnehmen. Deswegen habe ich einfach mal ein paar Kobolde ausgebildet und habe mir dann gedacht, mach sie das einfach mal. Also, jetzt sind noch 20.000 da. Die würde ich ganz gerne natürlich noch mitnehmen. Komm. Schick mal den, komm, wir schicken den Helden hinterher. Wir schicken mal den Held hinterher. Die Königin wacht bald auf. Hoffentlich. Ich muss sie, ich muss sie für den Klankrieg, glaube ich, noch ein oder zwei Tage fertig gemmen. Ich will unbedingt mitmachen. Ich bin, ich bin Klankrieg süchtig momentan. Ich will unbedingt beim Klankrieg dabei sein. Ich will unbedingt dabei sein. Jetzt müssen wir gucken, dass der König nicht ganz so viel, aber wir brauchen es nicht. Wir brauchen ja keine 100%. Wir haben ja unsere 80.000 Loot. Auch nicht schlecht, ne? Einfach mal so. Ich habe meine, meine Lager ja extra geleert, bevor ich jetzt hier die Pokalbase gebaut habe. Das Dunkle, ja, es ist, es ist schwierig aktuell, sich da was zusammenzufarmen. Aber, Klarenburg ist voll. Ich bin gespannt. Wobei, wir machen das mal, wir machen, ich habe eine coole Idee. Ich gehe jetzt offline und dann gucken wir einfach mal, wer mich dann angreift und dann, ja, äh, nein, ich muss erst mal die Koboldi loswerden, verdammt. Boah, ich bin so heiser. Äh, ich wollte auch noch mal mit was Neuem fahren, ich weiß nur noch nicht genau, womit. Aber, wobei, mit Bartsch ist eigentlich recht effektiv, ne? Vor allem, wenn du jetzt diesen einen, diesen einen Juwelenboost hast, kannst du immer Blitzzauber rein, oder sonstige Kramauxels. Okay, wir nehmen mal, wir nehmen mal, wir nehmen mal die, die normale Standard-Taktik mit und dann gehen wir gleich mal offline und gucken mal, ob es denn jemand wagt, mich anzugreifen, und ob er uns vielleicht ein paar Pokale schenkt oder vielleicht auch nicht, ob mich vielleicht überhaupt jemand angreift. Das werden wir dann sehen. Moment, da muss ich mal eben, muss ich mal eben an meinem Handy die, ich mach an meinem Handy mal die, die Benachrichtigung an für Clash, weil das, ah, dieser Sperrbildschirm, weil, weil dir nämlich am PC das nicht, äh, oftmals nicht funktioniert. Ne? Da weißt du dann, dann funktioniert es oftmals nicht mit der Benachrichtigung, wenn mich jemand angreift und das ist doch ein bisschen Schittel. Also, ich werd's mal eben einstellen und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Äh, äh, lad das Spiel, lad das Spiel, wurde ich eingeggriffen? Wurde das, lad das Spiel jetzt, komm. Äh, verbessere den Sprungzauber, um Mauern länger überspringen zu können. Ja. Lad das Spiel, um, um spielen zu können. Oh Mann. Ja, schöner, es ist ein schöner, es ist ein schöner Startscreen, ne? Also, muss man auf jeden Fall sagen, hat auf jeden Fall einiges, ja. wie kann das Isabemke ein Thema haben. Ja. Wurde das Spiel, Ja. Vielen Dank.